Es gibt Studien, es gibt Studien, das gehört nicht zum Webinar, aber ich erzähle Ihnen nebenbei. Es gibt Studien, wie man die Beziehung verstärkt, wie man näher zueinander wird und wie man sich in der Beziehung entwickelt. Und es gibt Studien, das ist kein Scherz, dafür braucht man nicht ständig miteinander kommunizieren, braucht man nicht. Zehn Minuten pro Tag, wirklich zehn Minuten pro Tag eines intensives Gesprächs reichen, um die Beziehung weiter nach oben zu bringen, um die Beziehung zu entwickeln. Aber diese zehn Minuten nicht um Haushalt, nicht um die Kinder, nicht um das Geld. Es kann, ich weiß nicht, Impfung sein oder Malerei oder ein Buch oder ein Webinar oder irgendwas mit Partner. Also eigentlich ist egal, Hauptsache ist nicht Haushalt, nicht Kinder, nicht Geld. Also irgendwas Neutrales, zehn Minuten pro Tag und wenn Sie so miteinander wirklich diese Angewohnheit installieren in Ihr Leben, dann sind Sie auf der sicheren Seite und dann wird die Beziehung sich auch weiterentwickeln.